Einer unserer letzten Kaufleute vom Spital Kaufmann mit Herz führe ich hier euch auf YouTube vor. Bei so weit kann es gar nicht zugehen, da kann doch gar nichts mehr drauf sein. Schaut euch mal die Schönheit an. Ist ja nicht lieb, die Schönheit. Unseren schönen Stand heute besonders zu empfehlen, Herr Kaufmann, bitte. Bitte. Was ist zu empfehlen heute? Heute haben wir die Bussele wieder ganz frisch. Sehr schön. Die werden wir schauen, dass wir weiterbringen. Bravo. Heute oder nie. Danke.